Ein recht herzliches Willkommen meine lieben Freunde zurück zu The Forest, ich befinde mich hier am Strand und ich bin nicht alleine. Ich habe den Prader und den Mr. Pieper bei mir. Guten Tag, 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 Tag. Meine seelische Unterstützung. Was geht, 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 geht. Wir haben in der letzten Folge unser Lager zurückerobert. Oh ja, Trecept Collected. Jetzt müssen wir erst mal Reparationen machen. Oh ja. Wir waren eine ganze Weile nicht mehr hier. Hier, Pater, wenn du Bäume hackst, dann steht da unten links immer Trecept Collected. Die Dinger sind das. Wie brauchst du dafür, um die Base zu reparieren? Ja, habe ich mir gerade schon aufgefallen. Ihr müsst dann auch noch mal unten an den Wänden langlaufen, müsst ihr mal gucken. Da steht dann einfach nur eh, da einfach draufkloppen, dann und dann hackt er die rein. Ich weiß. Warum erklärst du mir das, wenn ich dir das gerade erkläre? Ach, halt, 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 moin. Also ich bin voll mit Stickys. Grober Unfug. So. So. 14 Leaves Collected. 14 Leaves. Ich gehe mal kurz runter. Ich leg mal kurz die Stickys ab. Ja, so. Warte, wir machen es eben voll, dann kannst du es gleich mitnehmen. Jo. Da bin ich auch voll. Ja, er ist voll. Ich bin wieder getrunken, Maschum. Wenn es voll ist, kannst du es gleich mitnehmen. Da gehen noch zwei Stück oder so. Ja, wir haben noch ein paar mehr liegen. Ich gehe nämlich auch noch gleich noch mal runter. Okay, das war's. Nehmt aber die Wagen, die draußen stehen, ja, nicht die, nicht die drinnen. Nehm gar keine mit, weil ich den Arschloch bin. You don't say. You don't say. You don't say. Das heißt, you don't know. Don't tell any. Die Händen sind eingeborene. Ich glaube, der Pader wird mich am liebsten erwürgen dafür, dass ich den ständig korrigiere, ey. Ach, ach. Ja, jetzt, jetzt, wo aufgenommen wird, gibt's das nicht offen zu, ne? Ne, auch so nicht. Nein, alles gut. Alles gut, alles gut. Ach, du scheiße, jetzt. Kommen da die drei auf mich zu. Hallo, Jungs. Wollt ihr Holz kaufen? Ich verkaufe Holz. Alter, fick dich doch. Lass mich in Ruhe. Aua, der hat mich gehauen. Aua, der hat mich gehauen. Ihr alten dreckigen Wichser, verpiss dich. Ah, der will mich fressen. Ah. Oh, die Wände kommen immer näher. So. Ich werd verfolgt. So, was mach ich? Ich wollt den hier mitnehmen. So, ich heil mich noch schicks. Alter, fick. So, G, Corrie und Marigold. Ne, das geht nicht. Schade. War mal Marigold, geht auch nicht. Triss, Marigold. Marigold. Kann ich die Stickies abwerfen, bitte? Da. Was war das denn? Der schreit wie ein Mädchen, ey. Wo kommt der denn her? Hau ab, du... ...Gruhensohn. Kann ich keinen nichts anbauen, sag mal. Hier anbauen. Weil wegen vielleicht kaputt die Dinger, weiß ich nicht. Ah, schön. Alter, wo kam der denn her? Hab ich mich jetzt erschrocken, ey. Wunderbar. Ich bau erstmal hier alles wieder zusammen. Jetzt hab ich kein Zeug mehr. Alles klar. Stiervogel. Du Vogel. Ich hab ihn voll erwischt. Was macht der da unten? Klack! Ich spiel uns gegenseitig an unseren Geschlechtsteilen rum. Ach so. Also das Übliche. Naja. Ich komm jetzt auch wieder runter. Das, was ich immer mache. So, ich brauch keinen Wagen mitnehmen, weil beide voll sind, die draußen sind. Dann mach schon den dritten mit, der noch nicht voll ist. Ich wende einen mit. Ich geh mal als Eskorte hinterher. Da laufen drei nackte Männer. Ich lauf dem mal hinterher. Was? Wieso? Da sind noch zwei Baumstämme drauf. Ah! Ja, deswegen hat er noch mitgenommen. Das sind so viele Eingeborene. Die Ausgeborene. Der war scheiße. Ich hab ab. Ja, war er auch. Hast du bei mir was Gutes erwartet? Ich dachte, da musst du Geld dafür bezahlen. Naja, das stimmt. Ich hab keine Ausdauer mehr. Weißt du was? Ich spar mir die ganze Zeit. Ich hab das Gefühl, ich werd verfolgt. Ich hab das Gefühl, ich werd verfolgt. So, ich spring jetzt mal auf den Stein hier und dann werd ich euch mal was erzählen. Was? Warum lässt du dir ja immer wieder K.O. hauen? Oh, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht nicht. Hast du aus deinem Krav Maga-Kurs nichts mitgenommen? Aber das bringt überhaupt nichts, wenn ich den in die Eier haue. Du sollst ihm auch die Eier abreißen. Achso. Ich streiche sie immer so ganz sanft und hoffe, dass er aufhört. Ja, das ist das Problem. Dann will der mehr. Heilt ihr mich mal, oder? Ja, ich bin auch grad schon auf dem Weg zu dir. Am rumstressen hier, ey. Alter, immer hier dieses... Voll die Flüsse geworden, ey. Alter, yo. Ey, die Fresse hier noch, ne? In Notsituation. Oh, ich bin schon wieder tot. Sag mal, was kannst du eigentlich? Ja, du kommst mich heilen und da laufen zwei Kerle dir hinterher. Ja, komm, dann mach ich die mal kaputt hier. So wie im echten Leben halt. Ach, wo seid ihr denn da oben? Ich komme schon. Ist wieder in die falschen Gegenden gelaufen. Hast da wieder Leute beleidigt und dann... Und dann kommt schon wieder... Wunderst du dich, dass du auf die Fresse kriegst? Ich bin schon wieder kaputt. Alter! Was kannst du, ey? Mich hauen die doch lieber, ey. Ja, ja, ich haue den grad schon wieder zum dritten Mal. Also, eigentlich müsste ich da für so'n Boni kriegen, oder sowas. Vorher hier, äh... Rescue Man, oder was, ne? Dann holst du deine Kollegen. Oh, dem haue ich jetzt mal richtig in die Klötze rein. So, ich hol den Wagen. Hier, Pader, hier. Da liegt so ne Keule hier direkt, ne? Bitte nicht, ja. Wo? Hier, direkt vor meinen Füßen. Nimm die mal mit. Echt gut. Kann ich nicht mitnehmen. Echt nicht? Mhm. Dann hast du vielleicht schon eine. Guck mal. Nö. Unten links ist sie. Oh, wie satt. Nee, hab ich nicht. Hey, du musst einfach ein paar Mal E drücken, dann nimmt der die irgendwann automatisch einfach so mit. Hat ich zu mir gerade. Weil bei mir hat der auch kein E angezeigt. Muss mal so ein bisschen drumherum laufen. Hast du wahrscheinlich gerne mal ausprobiert, ne? Doch. Das geht für mich nicht. Er drückt einmal mehr. Weil die Baumstämme hier liegen, ey. So viel Bäume brauchen wir doch gar nicht, Leute. Ja, ist doch egal. Wir mussten aber die Tree Caps holen, damit wir die Base reparieren können. Ja. Soll ich mich dann mal um Namen kümmern? Fische und sowas? Ja, mach mal. Hör auf die Vögel zu hauen, Mann. Was ist da los? Warte, wer vögelt? Ich will zugucken. Eingeborene. Egal. Kann man nochmal eine Angel bauen? Boah, du fragst mich Sachen, ey. So. Oh, man brauchte nur den Sperr. Oh, du Scheiße. Egal. Ist das schon wieder tot oder was? Nein, ich hab was kaputt gemacht, was ich hätte aufsammeln sollen. Oh, Marschroo. Stimmte dumme Hase, Mann. Ich hasse dich, Alter. Ruhig, brauner, ruhig. Ich bin direkt bei einem Dorf hier. Boah, wie? Alter, bist du ja, Pieper. Ja. Ich will ja auch mal gerade gucken, weil die hängen nämlich überall Clothes rum. Möchte ich haben. Clothes. Hier sind doch Computerteile. Hier sind überall Computer. Clothes. Clothes? Jo. Wenn du den Computer durchhackst. Ja, jetzt Computerteile. Ja, hör mal. Ja, sorry, dass ich es nochmal gesagt habe für die Zuschauer, ihr kleinen Penisse. Ein Wildschwein, ey. Oh, das ist ein Wildschwein. Holt's. Bumba. Komm her. Wo hast du Timon gelassen? Der fühlt mich aber auch zum Lachen. Ich weiß aber nicht, wo das Geräusch herkommt. Bam, Alter. Mit der Keule einen Schlag gegeben. Hört ihr das? Ja. Ey, Pader, bleibt mal stehen, bleibt mal stehen, bleibt mal stehen. Ey, Leute, kommt mal kurz zu mir, wo ich gerade bin. Ich hab was für dich. Kommt mal kurz zu mir, hört ihr das? Ja, hör ich. Das ist wahrscheinlich unter uns. Warte. Ich hör absolut gar nichts, Alter. Echt nicht? Ja, hörst du es nicht? Ich hörs nicht, ne? Ja, sogar ich. Ich bin sogar fast lauter als euch, ey. Wollt ich gerade sagen, das ist mega laut. Warte, bleib mal stehen, dreh ich mal um. Ich hab was für dich. Was denn? Oh, nice. Hast du den Rest mitgenommen? Ja, sicher. Ich wollte eigentlich einen Speer haben. Ich glaube, ich lass das ganze Schwein da liegen. Bär willst du haben, hab ich auch. Was für ein alt Bär? Da vorne ist wie ein Schwein. Mach die Sau kalt. Kannst du mit deinem Speer droppen, oder? Nö. Warte. Guck mal, müsste eigentlich gehen. Hier, wo bist du denn? Hier, hinter dir. Da. So, da liegt er. Jo, hab ich. Normalerweise müsste auch irgendwo einer im Wasser stecken. Also in den meisten Gewässern steckt auch immer so ein Speer drin. Ah doch, hier unten. Upgraded Speer. Ne, das Wasser hier solltest du nicht trinken, ne? Ne, nicht trinken. Alles klar, schon. Wir haben da unten ein extra so Aufwandbehälter. Der ist halt schon seit Tagen nicht mehr geregnet. Oh, Mushroom. Haben wir dir doch gesagt. Oh, Mann. Nein, man, du hast gesagt, trink das Wasser, Alter. Ich hab gesagt, trink das nicht. Wenn du ein Mann sein willst, trink das Wasser. Wenn du ein Mann sein willst, trink das Wasser. Also, lass das. Hier oben ist auch witzig, ne? Verstand sein, da hat Spider-Man. Hier sind keine Fische. Ich muss mir, glaube ich, einen anderen Bach suchen. Hier, geh mal da vorne, wo der Wasserfall ist. Da war's da schon. Da müsste doch bestimmt mal sein. Wie erkennt man die Fische? Lass da welche rumschwimmen, diese Fische. Ne, hier sind auch keine. Hier sind absolut keine. Ich geh aber, ich geh aber mal weiter hoch. Ich folg einfach mal den Wasserfall. Oh, ein Eichhörnchen. Oh, hier oben ist doch Schnee. Es gibt Eichhörnchen. Es gibt Eichhörnchen. Getötete. Oh, hier ist ein geiler Seh. Die hab ich noch nie gesehen. Ey, Waschum, komm mal hier hoch. Hier oben ist richtig geil. Wo? Oh, das ist richtig geil. Komm mal hier hoch, Alter. Oh, hier ist ein U-Anwohner. Ja, komm schon. Hier sind mehrere. Zweier. Macht nicht. Es sind dreier. Leute. Ja, ich bin doch schon da. Ich klopfe schon auf den ersten drauf. Du rufst immer noch Hilfe. Aber wie du Damage machst. Easy abgelenkt. Komm schon her, du Pitch. Das war eine Finte. Alter, wie hat der Baum hochknackt. Alter, das sind viele. Waschum, komm mal von dem Baum runter, du Pitch. Komm runter, du Feigling. Echt mal. Dann machen wir es auf westliche Art und Weise und hacken. Noch nie weg. Runter, du hästliches Viech. Erstes Dauern, der zweite ist runtergekommen. Ja, ich hack den Baum nur eben zu Ende. Was man anfängt, muss man auch zu Ende bringen. Ey, Leute, da kommt noch mehr. Machst du bitte dir. Oh, das ist der Big Chief, oder was? Der Big Chief? Nee, warte, den klatsch ich kaputt, den Burschen. Ist der. Oh, nein, das esse ich nicht. Geil, Alter, ich bin voll auf dem Trip jetzt. Ich habe so viele Pilze gegessen. Vorsicht, wie viele. Ja, ja. Das ist aber echt übertrieben, ey. Weißt du, ob sich da ein paar Leute beschwert haben, dass das zu wenig sind von den Viechern? Aber die Pilze hier kann man essen, die hier wachsen. Die hab ich getötet. Machst du beim Dauerstärmen, ey. Hier, guck mal. Die gelben Pilze nicht, aber die hier neben. Die kannst du essen. Kein Machstum? Doch, kann ich. Wer hat die Option nicht angezeigt, aber. Dumme Kuh, Alter. Ich guck mal kurz, ob hier Fische sind. Ja. Da müsste auch noch irgendwo ein Speer sein. Warte mal, hol ich mir auch noch mal einen. Ich hätte gerne mal ein bisschen Aloe Vera gefunden, ey. Damit meine Haut so zeitig, zeitig, zart und glatt bleibt. Eigentlich müsste da unten voll viel sein. Alter! Bist du schon wieder tot, oder was? Das sind so viele. Was? Dort drüben sind so viele. Wo ist Maschum? Links von euch. Ey, da kann man, da kann man. Da, da kommt sie ja gerade. Oh mein Gott, wie viele das sind. Oh Gott, was? Ja, fünf Stück. Fünf Stück. Ach du Scheiße, leck mich da um. Da kann man noch nicht mal seinen Schwengel in eine heiße Quelle halten, ey. Und dann so ein bisschen. Ja, lass mal abhauen wieder. Ja, wir hauten wieder ab. Oh, der Table ist geflippt. Wo seid ihr? Da unten. Hier unten bei dem Lager, da wieder. Oh mein Gott. Alter, die übertreiben mich aber auch, ey. Eichhörnchen! Ich hab das Eichhörnchen getötet. Erstmal sind das viel zu viele von denen. Zweitens sind sie viel zu stark. Warte, willst du den Eichhörnchen in den Kopf haben? Gibt's den? Ja, ich hab den in den da hingeschmissen. Ich hab den Kopf, äh, in der Hand. Zeig mal her. Ist das makarver oder ist das makarver? Alter, ist das. Alter. Ich werd bescheuert, ey. Maschum, ich hör schon wieder was. Oh, die Psychos kommen. Alle, Alter, und lauf, lauf. Die Psychos kommen. Schwein! Mitnehmen! Waschum, lauf, Alter! Ich hab gar kein Herz. Ja, gleich bist du wieder tot, ey. Ich seh schon. Alter, Vera! Ich glaub, wir haben's abgehängt. Ich hör zwar das Geschrei noch, aber ich glaub, wir haben's abgehängt. Die, die, einer rennt noch hinter euch, ja? Ja, 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 ja. Ja, es ist aber nur einer, den können wir klatschen. Ich, ich nicht. Ja, wir, hab ich auch gesagt. Na, da kommt noch ein zweiter hinterher. Ja, zwei gehen auch noch, wenn da jetzt nicht der ganze Bergkopfarmer voll ist mit irgendwelchen Vieren. Oh, Junge, kriegst du jetzt mal eine Naht hier. Ich brauch gar nichts dringend. Noch mehr so Zeug, ey. Aua! Noch mehr mit dem Speer One-Hit denn ein. Nice. Ja, weil ich den schon angedamaged habe. Ja, ja, ja. Also kriegst du ihn nicht so schnell weg. Ja, ja, ja. Wie kein Scheiß. Lissi! Lissi, 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 Lissi! So. Ey, ich seh keine Forellen hier, ey. Gibt's doch gar nicht. Ey, gibt's ja auch nur Lachs. Oh mein Gott! Oh, ich hab Heilung gefunden. Sehr schön. Machst du? Ja, ja. Ach, da bist du. Ja, lass ihn kommen. Komm, dir machen wir mal keinen kleinen Drecksack. Ja, mach dir mal. Ich geh mal grad ein bisschen nach Aloe Vera gucken. In der Umgebung. Wieso kannst du dir jetzt so viel Damage machen, Alter? Die kleine Sau ist weg. War's das? Drei haben mal geklatscht von Funk. Lass mal an. Drei haben mal geklatscht von Funk. Lass mal an. Ah, die sind ja noch viele andere. Wollt ich's mich veralbern? Komm. Jetzt hau dich ab, du Pussy. Komm zurück mal. Hallo Vera! Jawoll. Hast du? Lieber Vorsicht, da ist einer. Ja, ja. Ja, ja. Ich seh den. Oh mein Gott, die ist geh'n auch hinter mir. Ah, nee! Ja, was hat das Viech da immer brüllt, ey. Wollen wir doch mal was zu essen? Ja, mach mal, die verfolgen mich. Jawoll. Okay. Wie, wie, wie craftet man das jetzt so? Äh, im Inventar glaube ich sogar schon. Du musst Aloe Vera und Marigold, dieses gold, äh, gelbe Zeug da zusammen packen. Ja, genau. Du musst ja eigentlich schon irgendwas herstellen. Leaf, Chicory, Aloe Vera und Marigold. Oh, davon hab ich übelst viel. Marigold und Aloe Vera, mehr brauchst du nicht. Das andere weiß ich nicht, wofür das ist. Ich hab was angepflanzt, auf jeden Fall. Oh, geil. Äh, sag mal, jetzt hauen die hier wieder gegen die Tür, oder was? Leute, so geht's aber nicht, das ist Hausfriedensbruch, ne? Wenn ich das mal einem Anwalt erzähle. So. Und das kann ich jetzt auch auf dem Regal platzieren, gell? Ja. Ruf mal an die Bullen, ey. Die machen ja Vandalismus. Ah ja, hab ich platziert. Das Regal ist schon mal voll. Sehr schön. Und ich hab noch was im Inventar. Sehr gut. Wunderbar, wunderbar. Okay, ich baue hier oben ein Feuer, was nicht ausgeht. Ich mach mal hier unten noch ein bisschen Fleisch hin. Und ich suche Aloe Vera. Boah. Das ist auf der Wiese übelst. Ich mach mal einen richtigen Fire Pit, was? Ah, so richtig fettes Unterding. Wo ich mir die Nüsse schön anwärmen kann. Tu das. Tu das. Ich brauche noch zwei Steine. Einen schönen Nusswärmer hätte ich gerne, bitte. Wo, wo? Oben? Ein paar da oben? Ja. Hast du noch zwei? Ja, ja. Das Feuer oben wird man nicht loben. Okay, fertig. Schwarzer Kaffee, Junge. Yeah. Schwarzer Kaffee, Junge. Heißen, schönen, leckeren. Schwarzen Kaffee, Junge. Jo, alles klar. Ähm. Okay, Water Collector. Ich guck mal grad, was es Neues gibt. Alles, was mit Perwoll gewaschen wurde. Ich würde ja gerne mal so ein Treehouse bauen, Alter. So ein Alpin-Treehouse oder sowas. Ja. Der ist auch natürlich super nice. So eine Tree-Plattform und dann so eine Brücke dazwischen und sowas. So ein Scheiß. Das brauchst du jetzt aber nicht mehr anfangen. Was brauchst du denn für ein Treehouse? Alles mögliche. Da brauchst du richtig viel Shopper für. 29 Holz. Gut, da brauchen wir Seile für. Ja, und die haben wir leider nicht mehr, weil dafür müssen wir in Höhen rein. Das ist korrekt. Ey, ich hab hier nicht ein Aloe Vera gefunden bisher, ne? Das brauchen wir heute echt nicht mehr anfangen. Das machen wir, glaub ich, in der nächsten Session. Ich seh hier eins, zwei, drei, vier. Dann lass uns in der nächsten Session mal so einen Baumdorf bauen. Oh ja, das wär auch mal richtig... Alter Scheiß, ich Idiot. Egal. Boah, irgendwas würde ich hier laufen, aber ich seh es nicht. Kommt näher, aber ich seh es nicht. Ich find kein Marigold, alter. Marigold ist hier überall, das sind diese gelb-orangenen Dinger. Also Aloe Vera, das find ich hier ohne Ende. Ja, Aloe Vera find ich da, find ich. Find nur Marigold und Chicory. Hier ist gut. Ah, hier ist doch Marigold bei mir. Drei, vier Marigold. Schala. Fünf Marigold. Hey, Schala. Hier hat einer übrigens unseren Lockholder stehen gelassen, ne? Aloe Vera ist hier. Hier ist alles, Alter. Boah, hier ist Marigold, alter. Wo ich bin, Bitches. Wo ich grade bin, ist Marigold am Ende. Ich find nur Chicory und so. Ich hab alles voll, ich kann nicht mehr tragen. Ja, da hinten war ich grad schon. Da hab ich nicht ein Aloe Vera gefunden. Ich kann nicht mehr tragen. Hier ist alles voll bei mir. Was? Ich hab schon alles weggenommen. Ich weiß nicht, ob das kleinseitig ist. Nee, ich glaub wir sehen das einfach nicht. Jeder hat sein eigenes Zeug. Ich glaub wir sehen das einfach nicht, richtig. Könnt sein, dass das bei uns anders aussieht als bei dem anderen halt, ne? Nee, weil bei mir ist hier kein Aloe Vera, aber Chicory ohne Ende. Plus Bitches. Warte, ich nehm noch den einen Wagen mit und dann. Nee, komm, wir bauen hier oben noch schnell ein Baumhaus. Lass den Wagen hier. Ein Baumhaus hier oben? Ja, komm, wir haben jetzt so viele Holzdinger hier weggewichst. Alles klar? Alles klar? Er hat Wichsen gesagt. Geil. Alpine Treehouse, gell? Ja, klatsch mal dran. Warte. Drop the base. Das ist immer ein kleiner Baum, den wir hier auswählen. Gibt's keinen dickeren Baum. Seht ihr das, wie ich das mache? Nee. Ja, wo soll ich machen? Habt ihr irgendwelche Wünsche? Mach wo du hin, wo's hinpasst. So, dass man am besten auch dann hinterher... Nein, ich hab den Baum, der wurde schon angeschlagen hier. So, dass am besten auch, äh, man mehr dahin klatschen kann, ne? Also, dass wir daneben noch eins bauen können und zwar. Hab ich das schon. Ja, hier nebendran müsste es auch funktionieren dann. Okay. Sticky sauge ich mal rein. Ich hab keine Sticky's mehr. Ich hab noch ein paar. Ich hau den Baum jetzt weg, wo das Ding dran ist. Ein Sticky fehlt noch. Ja, die Baumstämme müssen wir noch dran knallen, gell? Ja, ja. Ich klatsch ja gerade Baumstämme dran. Ein Seil brauchen wir. Wohl noch mal einer eben den Lockholder da ran. Ich machs grad. Dann haben wir da... Den schneller. Gucken wir die Seile nur in den Höhlen? Ja. Ja, fast. Fast. Du kriegst die auch auf der Yacht, da gibt's auch welche. Du hast mir das Schloss hier... Alter, fahr mit nicht um mit dem Ding. Alter jetzt komm! Düt nüt! So ne Hooper an dem Ding wäre auch witzig ne. So, ja komm Also das Ding ist ja gleich wo ganz fix fertig Noch viermal Noch vier Holz Habt ihr? Nee Ja komm, hier hinten liegt noch Jetzt muss man Feiern machen hier Alter Die sind hier direkt unter den Texturen Ich sag's euch, weil ich hör die hier rumrennen Aber seh die nicht Eins noch Hab ich nicht Hab nix Komm hierher Nein Ich brauch Zeug Drogen jeden Tag Ich nehm Drogen, so viel ich mag Alle müssen jetzt kein Baum fällen, okay? Doch, den hier nehmen Nein, nicht den daneben, du Otto Doch Ja, aber dann noch nicht in die Richtung vom Baumhaus Das ist verrückt Nein, der ist sowieso im Weg Jetzt ist er nicht im Weg Willst du das ja schön mit dem zweiten Baum da drauf? Vor dich, machst du? Ja, ja Blup Aua Alter, der eine stammt direkt in mein Gesicht rein Ja, wir brauchen ein fucking Seil, um das fertig zu machen Wo kriegen wir das her? Boah, ich sag's dir, in der nächste Folge ist das Ding dann nicht da, wenn wir, ähm Auf ein Seil Rausgehen und dann hoffen, dass das dann... Aber das ist gut, dass die Typen hier unter der Textur sind Wieso, das eine Ding von dir ist auch noch da am Strand, was du noch nicht fertig gebaut hast Ja, wollte ich gerade sagen Ja, aber dafür sind auch fünf andere Fackeln, die ich da vorhin gebaut habe, auch nicht mehr da Die verbrennen ja halt irgendwann mal Nee, aber nicht die Steine da drumherum, da kannst du mir die erzählen Achso Okay Vielleicht in den Hütten da unten? Ich weiß es nicht, ach egal Nee, bei der Yacht wäre, glaube ich, das nächste Würde ich sagen, gehen wir zurück Ja Hauptsache, Pader beendet deine Folge Nee, wir können die Folge in der Base beenden und dann in der nächsten Aufnahmesession machen wir halt den, äh, das Baumbau Das klang gerade so, das klang gerade so, deswegen Und dann bauen wir uns hier oben eine noch geilere Basis Mit Bäumen, Alter Au Alter Mit Brücken zwischendrinne Und jeder hat ein eigenes Baumhaus Au Und wir haben ein Baumhaus nur für, äh, Aufbewahrung von Medikamenten und sowas So ein Essen Au Alter, überleg mal, wie geil das wär Au Alter, richtig gut Au, da unten schleichen schon wieder irgendwelche Spackos rum bei uns Alter, ihr kriegt das Haus nicht Ja, einer ist auch noch mehr ist Das ist unser Dorf, wir haben uns, wir haben euch das weggenommen Ihr wolltet euch wiederholen, wir haben springerecht verteidigt Alter, bist du hässlich, ey, wie die Nacht Man, sag doch nicht immer sowas zu mir, Pader Du weißt doch, ich bin verletzlich Die ist halt immer noch lachen, obwohl sie tot sind Da sind noch mehr Leute sind bei uns im Lager drinnen Ja, hab ich doch gerade gesagt, da kannst du mal sehen, wie du mir wieder zuhörst Ich gar nicht Ja, ja, ich weiß Ja, da ist sie Ja Frau Trinkst du jemanden trinken? Jetzt ist es endlich mal auf Wand Was hast du gesagt? Trinkst du hier mal? Mein Trinken weg, ich bin tot Ey, wieso schritten die mich eigentlich immer so schnell? Du bist auch dauertot irgendwie Der Quotentote, ey Wir müssen das Ding reparieren hier Ich repariere schon die Wand hier die ganze Zeit Hau ab du Bigstein, ich brauch dich nicht Ich hatte nur ein Tricep, also von daher kann ich nicht mehr viel reparieren Ich hab nichts mehr Ein Tricep Oh, ich geh schon mal speichern, bevor die mich auch noch töten Ja, ich auch Ja, mach ich Sagt der, alles klar Sagste Okay, ich hab das gespeichert Ich auch, wir brauchen echt ein Baumhaus Ja, hab ich auch Keinen Zweck hier Ja, die können auch Bäume hochklettern, aber das ist auch egal Ja, aber unsere Bäume nicht Ja, gucken wir mal Ich mach alles kaputt, die Schweine Alles klar, also wir beenden hier die Folge Vielen Dank fürs Zusehen, Freunde Und bis zum nächsten Mal Tschüss Ciao, ciao Tschüss